Sie schlagen also vor, dass wir unsere Gesellschaft auf Schürpfungen gründen? Ganz genau. Nirgendwo auf der Welt ist nun eine Schürpfung, als in Paris. Unvorstellbar. Sie sprechen davon, Fayot zu zerstören. Ich möchte wissen, ob das wahr ist. Ganz Paris, Sie suchen noch Erfüll. Ihre Formatil steht schon bereits. Es wird nicht zügig bleiben von der Stadt. Lurelie, hast du den Faden verloren? Ja, ihr habt recht. Kommen wir zur Sache. Ich habe bereits ihren Plan. Ja, ihr habt recht. 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 Ja, ihr habt recht.